Ich bin einfach Corona-müde. Ich kann es nicht mehr haben. Vor zwei Wochen, als das wie ein Bergstutz auf mich eingefallen ist, habe ich gedacht, hey, ich kann mein Leben nicht mehr planen, ich kann die Menschen nicht mehr treffen, wow, ich habe genug. Und dann habe ich etwas erlebt. Wir haben zum ersten Mal in 13 Jahren ein Auto gekauft in Gelsenkirchen und wollten das in die Schweiz fahren und kommen nach Gelsenkirchen, übernehmen den Wagen, müssen ihn am kommenden Tag anmelden, bei der Fahrzeugprüfstelle dann die neuen Nummern kriegen, die Ausfuhrpapiere und dann zum Zoll. Und wie wir zur Fahrzeugprüfstelle kommen, heißt es, ja, das geht überhaupt nicht. Sie müssen sich anmelden und das kann Wochen dauern. Und ich war richtig down. Ich habe mich dann entschieden, jetzt will ich mich nicht mutigen lassen, sondern positiv bleiben und tatsächlich innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde löste sich das Problem. Wir mussten dann 30 Kilometer weiterfahren, um die Zollpapiere zu holen, dann wiederum 30 Kilometer zum Zoll in Gelsenkirchen. Und wie ich da reinkomme, sehe ich, dass im Eingang drin einige Menschen stehen, darunter ein Mann, der aussah wie ein Roma. Ich habe dann ein Gespräch begonnen, plötzlich sagte er, ich bin Zigeuner, ich bin Roma und spontan antworte ich, sie sind nicht Zigeuner, sie sind Roma. Roma heißt Mensch und ich bin auch ein Mensch, also bin ich auch ein Roma. Und in diesem Augenblick öffnet er sich, erzählt mir davon, dass seine Frau vor sechs Monaten gestorben ist, dass er eine Lungenkrankheit leidet, ja, und dass es ihm nicht gut geht. Und ich frage ihn, darf ich für sie beten? Und in diesem Vorraum des Zolls habe ich meine Hand auf seine gelegt und ich habe gebetet für Heilung, für Berührung, für Gottes Gegenwart. Und der Mann hat Tränen in den Augen, ist offensichtlich zutiefst berührt. Er heißt Ferenz. Und nachher kriegte ich meine Papiere und ging zur Tür. Und wie ich bei der Tür stehe, höre ich diese leise Stimme in meinem Herzen. Martin, wenn du nicht zu spät gewesen wärst, wärst du Ferenz nicht begegnet. In diesem Augenblick war eine Explosion in meinem Herzen. Ich will mein Leben planen. Ich will, dass alles so ist, dass es gut organisiert ist. Aber Jesus will mich führen. Und dann ist diese leise Stimme, die sagt, wenn du pünktlich gewesen wärst, hättest du die Chance nicht gehabt, für Ferenz zu beten. Und ich wollte dich brauchen zum Segen dieses Mannes. In diesem Augenblick habe ich zu mir gesagt, Corona hin oder her. Geplantes Leben hin oder her. Ich will jeden Tag nehmen, so wie er kommt, und aus der Führung des Heiligen Geistes leben. Dort liegt mein Herz. Dort liegt mein ganzes Leben. Dort liegt das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein erfülltes Leben mit Jesus Christus. In mitten widriger Umstände bleibt er der Fels, auf dem du stehst, und der Heilige Geist, dein Leiter, der dich gut führt. Und das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020